Zufrieden kann man da sicher nicht sein, weil wenn man jetzt einen Antritt zur Wahl, dann möchte man natürlich auch gewinnen. Dass jetzt letztlich nur die Bronzemedaille geworden ist, ist schon etwas enttäuschend, wobei aber so muss, dass das sicher nicht für mich eine Niederlage sein wird, die mich jetzt ganz weit noch umzieht, das sicher nicht.